Also ich habe hier die E-Funktion und möchte dann diese Funktion skizzieren. Erstmal, was ist E hoch minus X? Also einfach nur, das mal rot hoch, Y ist E hoch minus X. Und das ist symmetrisch zu E, durch die ich hier so, genau, zur Y-Achse. Weil statt, wenn ich E hoch 1 eingebe, kommt das raus, was ich normalerweise bei E hoch minus 1 habe. So, und jetzt noch plus 3, naja, alles 3 Meter hoch. Von 1, da muss ich bis nach 4 hoch. Und 0, dann habe ich hier bei 3 die Asymptote. Machen wir es mal schön sauber, ein bisschen sauber. Hier bei 3 ist dann die Asymptote. Und 0,5, dann wird es noch ein bisschen flacher. Das heißt, es geht dann durch diesen Punkt. Normalerweise würde ich ja mir denken, dass es hier bei 4 durchgehen würde. Es läuft aber doch diesen Punkt durch. Und dann habe ich, das ist die schwarze Funktion, die ich gesucht habe. Der plus 3 verschiebt. Der minus X ist die Spiegelung. 0,5 macht es immer ein bisschen flacher. 0,5 macht es immer ein bisschen flacher. Vielen Dank.